aufgepasst meine lieben wenn ich diese botschaft hier erreicht dann war diese nachricht definitiv für dich egal wann du auf diese nachricht triffst ich habe drei videos gedreht und das ist deine nachricht ja es kommt hier eine wiedergeburt die solareklipse die revolution die innere revolution die hier stattfindet schnelle veränderungen die hier eintreten ja wir haben auch den chiron heilung das zeigt mir definitiv dass du hier der verletzt also aus deinen verletzungen in der heilungsphase bis emotionale heilungsphase es kommen hier große veränderungen ein ende das vorangegangen ist und du hier wirklich die heilung durchlebt hast und auch so mit anderen helfen kannst in diesem bereich es kommt die gerechtigkeit hier auch rein ja ich sehe dass das alles hier ausgeglichen wird alles was die unrecht getan wurde das kommt das karma ja es wird hier ausbalanciert du wirst hier göttliche führung haben und es kommt was wunderschönes hier in der liebe rein alles gute